Ich bin den Dino. Tutorials spiele ich nicht, ihr erklärt mir alles. Ja, ja. Ich brauche, ja, ich bin mega gehypt. Gebt mir mal den Gamepad-Code. Mach mal bitte auf, äh, erst mal auf leicht, die erste Schwierigkeit. Digga, wir haben Revi, wir sind doch alle unendlich beschissen. Mono de Trimax hier, wir spielen wieder Unrailed, das kann letztes Mal richtig. Alter, ich verstehe es nicht. Heute mit Revi, und der wird richtig ausrasten. Revi, du versuchst heute mal nicht auszurasten, okay? Was muss man machen? Du nimmst, äh, du musst Schienen bauen. Okay, wie? Du nimmst die Axt hier hinten, ne? Nimm die Axt, mit Leertaste. Axt, ich hab ne Schiene. Nein, das ist die Axt, das ist der Schiene. Ja, Alexin? Ja, perfekt. Hab ich gut gemacht. Das ist die Axt? Nein, das ist, das ist, ich hab die Axt. Ich, da nimm die Axt. Gebt mir die Axt. Gebt mir die Schiene. Nimm mal was anderes kurz, ich muss was anderes machen. Ich, ich, ich nehm den Stein und mach den Stein. Okay, und dann läufst du gegen das Orangene. Gegen das Orangene musst du laufen. Nicht Orangene, äh, ja, du weißt, dass ich mit Orangene halte, perfekt. Ne. Und baust es ab, genau. Ja, den Stein könnt ihr euch nehmen. Genau, dann nehmen wir das. Und wenn du die Axt hast, musst du auch, äh, die Banditen töten. Ja, ich brauch die Spitzhacke wieder. Ich geh mal die in töten. Ich geh mal die Axt nehmen. Du musst doch immer die Materialien dann einsammeln und, äh, zum Boot, äh, zum Zug bringen. Wie mach ich denn die Mucke leiser? Es kotzt mich richtig an. Ist doch voll geil. Es ist so, es ist so selbsterklärend, das Game, oder? Ja, es ist total selbsterklärend. Warum ist die Mucke jetzt lauter geworden? Weil es game schwieriger wird. Echt jetzt? Irgendwer muss wieder Schienen platzieren. Ja, ich bin dann. Ich, äh, geh Holz fällen. Mach ich gut, oder? Du musst auch unbedingt Max Materialien transportieren jetzt. Ja, klar. Ich mach Holz gerade, Jungs. Ja, siegt ja klar. Hier, ich fäll dir ganz viel Holz. Schaut mal. Ist schlecht. Was ist schlecht? Ist gut. Hä? Was soll das, Max? Warum bist du so negativ? Schienen platzieren, schnell. Wir sind gleich im nächsten Bahnhof. Schnell. Wir sind gleich im nächsten Bahnhof. Boah, geiles Game. Achtung, S-Kurve machen, schnell. Schlenker, Schlenker, Schlenker. Umachter, Schlenker einbauen. Ihr müsst noch, ihr müsst noch was hinbauen. So, jetzt. Sehr gut. Haben wir geschafft. War easy. Yo. Äh, wollen wir die Wagenaufrüstung machen oder neuen Waggon? Ja, Wagenaufrüsten erstmal. Ja, oder? Ja, ja, Wagenaufrüsten. Komm. Wie ist diese effizient? Was ist so die beste Taktik? Was ist Meter? Meter ist, äh, Explosionswagen. Ja, gut, Leute. Dann, äh, findet ihr, ich bin ein guter Schaffner oder nicht? Ja, ja, definitiv. Vielleicht nehmen wir es weiter Bahn. Weiter geht's. Ich gehe farmen. Hier kommt, hier kommt. Hier vorne könnt ihr schon Steine holen, ne? Ich hab ja, ich war ja früher mal Schaffner. Wusstest du das? Ja. Wollt früher immer Lokführer werden, Alter. Bis mir, bis die Bahn mir gesagt hat, ähm, Es gibt ja so ein Test, den man macht, ob man geeignet ist. Komplett durchgefallen, Alter. Die haben mich gefragt. Kennst du, kennt ihr dieses Meme, wo so, so eine Lokomotive ist und dann driftet es über beide Schienen, damit es alle tötet? Ja, Multitrack Drifting, ja, ja. Richtig, genau. Und das haben sie mich halt auch gefragt. Was würdest du machen, wenn auf der rechten Seite ein Bus voller Kinder ist, auf der linken Seite ein Bus voller Frauen? Wie gesagt, beides drüber fahren. Sehr gut. Ja. Ey, der Zug überhitzt. What the f***? Musst du Wasser reinmachen mit dem Eimer. Guck mal, ich graf das Game direkt, Alter. Ja, du bist halt ein Naturtalent in den Games. Nicht so, wie meine ich andere hier in der Runde. Ich bin ultra hier competitive am Grinden, jeweils nur am Abbauung von Eisen. Wie viel Level gibt's davon? Endlos. Endlos, wir sterben gleich. Ja, gleich vorbei. Nee, nix random. Nein, nein, das hat ein Seed quasi, so wie Minecraft auch ein Seed hat, dass das Game auch ein Seed hat. Bring schon mal das Eisen nicht zu viel abbauen. Bring das schon mal nach vorne, Revi. Ja, Bro, ich muss die Spitzhacker-Bahn auch noch rübernehmen und ich komm mir nicht durch, Alter, wenn ihr in der Bus fährt. Stark gespielt, stark gespielt, Junge. Der Bus kommt. Das war solid. Darf ich jetzt eine Frage, wie ich bitte was aussuchen? Bitte. Ja, nimm den Geisterwagen. Den Geisterwagen. Hab ich? Ja. Gespenstig. Gespenstig, oder? Gruselig. Das ist spooky. Ist ein bisschen gruselig mit dem Geisterwagen. Hab ich Angst. Stark, Romatra. Stark, wie du hier baust, wirklich. Romatra ist sehr stark in dem Spiel. Ja, er hat das auch echt schon viel gesuchtet. Max Seed ist jetzt noch nicht so sehr da drin. Kann man eigentlich an der Seite runterfallen? Nee, ne? Nö. Niemand darf hier die Axt aus Versehen aufheben. Sonst ist es komplett vorbei? Nein, nein. Über eine Schraube weniger. Und dann ist es eigentlich so gut wie komplett vorbei. Eine Schraube heißt was? Eine Schraube ist auch ein Upgrade-Punkt, den wir gerade haben. Ein Upgrade-Punkt. Drei Upgrade-Punkte. Ah, okay. Der Geisterwagen hat zum Beispiel drei Schrauben gekostet. Und wenn wir sonst die Auftragung nicht gemacht hätten, und der macht uns, der macht das Ding schön langsam, ne? Der Geisterwagen, der macht es langsam, oder wie? Nee, der, da kannst du nochmal durchlaufen können. Dass wir durchlaufen können. Das ist extrem OP. Weil später, ähm, falls wir uns später zum Beispiel... Aber wir können aber nur durch den Geisterwagen durchlaufen, ne? Wenn wir es einmal upgraden, können wir auch durch alle Wagen durchlaufen. Boah, geil. Und das bedeutet dann später, wenn wir dann durch Berge durchmüssen, dass wir einspurig bauen können. Oh, okay. Versteh schon. Mega. Das ist extrem OP. So strong, wie wir hier durchrushen. Das ist echt strong. Rewi hat es auch sofort gerallt. Das ist gut. Ja. Ich bin ein sehr starker Gamer generell. Ah. Entweder TNT-Wagen. TNT-Wagen, bitte. TNT, bitte. Ja. Ja, mega. Der sprengt nämlich das alles weg. Dann können wir nämlich schneller Ressourcen damit farmen. Das weiß ich nämlich schon. Bin nämlich informiert. Bin ein sehr starker Spieler. Geil, Mann. Ich bin wirklich ein generell guter Spieler in allen Games eigentlich. Ich auch. Das stimmt nicht. Das wissen auch alle Leute. Der Auftrag ist, das das nicht in deine Mitspieler. Wenn du einfach das 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 ganz weglassen, wer dasht, wird der Daumen abgeschnitten. Alter, so ein bisschen krass, oder? Das ist schon eher brutal. Das ist ein guter YouTube-Titel. Ich sehe mich auch voll in der Mining-Aufgabe. Das ist wie Minecraft, Alter. Guck mal, ich bin richtig stark. Gute Arbeitsaufteilung. Stark, Romatra. Das war so knapp gerade. Wir haben übrigens die Aufgabe schon verkackt, glaube ich. Irgendwer ist in irgendwen reingedasht. Ich weiß nicht, wie... Wer ist es? Romatra hat reingedasht rein bei mir alle. Oh mein Gott. Weil ich gerade die Schiebe reduzieren musste. Ich habe hier richtig gut gerade gebracht. Du magst es wieder schlecht. Ohne Witz, ich glaube, das war meine beste Runde. Kann nicht sein. Ich habe so viel gemacht, diese Runde. Du hast reingedasht. Ey, dieser Trimax ist auch der einzige Spieler, der in einen reinläuft. Warte mal, was hier unten dieser Roboter ist? Was kann ich eigentlich mit dem machen? Mach noch einmal den Geister... Ach du, Banditen kommen, Banditen kommen. Die kannst du umhauen, wenn du gegen sie läufst. Sterben die Banditen denn auch? Alter, ich habe den zerhackt. Ich habe ihn umgebracht. Max, ich bin der Mörder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Eimer, der Eimer. What the f***? Ja, ja, der Eimer. Der Zug darf nicht überhitzen, denk dran, ne? Stark, Alter. Ey, wir sind richtig gut, Mann. Gewaltspiel, finde ich geil. Der Geisterzug ist echt OP, Alter. Das würde jetzt schon richtig nerven, wenn man keinen Geisterzug hätte. Ja, eben, eben. Eben, der Geisterzug ist wirklich richtig wichtig. Achtung, der Misch. Kriegen wir die Schraube noch? Wo ist die denn? Da unten rechts. Könnte Max noch schaffen. Kriegst du es hin? Er hat sie. Alter, das war halt auch gut. Guck mal die Riesenbrücke hier an. Wir sind jetzt schon Endgame. Wir sind noch nicht Endgame. Wenn man verliert, ist aller Fortschritt weg, ne? Aller Fortschritt weg, ja. Sch***game. Ich claim das erste Dynamit für mich. Darf ich auch mal Dynamit machen, bitte? Ich hab noch gar nicht gemacht. Das erste hab ich geclaimt, danach kriegst du. Ey, das ist so assi, Alter. Das ist so assi, Max. Das macht wieder gar keinen Spaß, mit dir zu spielen, wirklich. Ja, ich wollte doch jetzt richtig gut wieder spielen. Das ist doch... Guck dir dein Wort, der F***, Jäger. Kannst du mir nicht erzählen, Mann. Oh mein Gott, Dynamit ist ja so okay. Also das könnt ihr mir nicht erzählen. Du hast eins oben drüber falsch gebaut, aber... Lass mich durch, dass ich... Du darfst nicht AA sagen, wenn ich gerade... Wie aktiviere ich das Dynamit? Einfach hinlegen. Und weg da. Boah, strong, Alter. Stark gespielt. Naja, der Zug ist so langsam echt fix unterwegs, gell. Wie schnell wird der? Richtig schnell. Der hat später so 200 kmh drauf. Und entgleist einfach instant. Nächste Runde Challenge machen und die Schraube holen. Und dann können wir die Büste. Genau. Machen wir. Ich raff das Game so. Ich raff das richtig. Genau. Wo ist die Schraube? Oh, die ist da oben. Äh, wir überhitzen. Wo ist der Wagen? War es das jetzt wirklich, weil wir den Eimer vergessen haben? Schaffst du es, Romandra? Nein, der Eimer ist weg. Lass es instant finishen. Ja, wir müssen ganz schnell finishen. Baut so viele verschiedene, wie ihr könnt. Schnell, schnell. Platziere sie, Max. Platziere sie doch. Oh Gott. Bau die Brücke. Wir müssen finishen. Wo ist Stein? Ihr müsst Stein reinlegen. Schnell. Schnell. Nein. Da vorne, da vorne, da vorne. Geradeaus, geradeaus. In dieser kleinen Spalte. Siehst du das da? Kleine Spalte, kleine Spalte. Gebirgspalte. Rechte Seite, rechte Seite. Max, holst du? Nein, wo denn? Der rennt zu Falschen, Alter. Der rennt zu Falschen. Ich glaube es nicht. Ich heule. Ja. Oh mein Gott. Close, Alter. Oh, ein bisschen riskierbar. Ich schau dir halt echt von komplett null, ne? Martha, du bist echt der Eimerbeauftragte jetzt auch. Ich habe echt so viel gemacht. Neuer Lock? Echt? Neuer Lock? Ist das worth it? Ja, ja, komm, rein da. Rein mit der neuen Lock. Wasser einmal mitnehmen, nicht vergessen. In der Wüste ist heiß und scheiße. Richtig. Einmal mitnehmen, bitte, Jungs. Ich vergesse den Eimer, ja? Oh, der ist nicht voll. Wo kriegen wir Wasser her in der Wüste? Was ist das für ein Scheiß? Ich gehe vorne, ich gehe vorne, ich gehe vorne schnell. Alter, ich bin so krass. Guck mal, der Eimer steht da vorne aufgefüllt. Ich fahre mir direkt weiter. Digga, ich bin... Es ist ein Teamspiel, Leute. Niemand sollte sich hier selbst zu sehr pushen, außer ich, weil ich echt krass bin. Das stimmt. Jungs, Alter, wir sind OP. Wir könnten das auf eSports-Level spielen, ne? Merkt ihr gerade, oder? Wir könnten noch einen Dynamitwagen nehmen jetzt. Können wir noch hinten dranhängen. Ich denke, das ist OP. Ich bin auch bei TNT. Dann machen wir TNT. Zwei für TNT, richtig? Ja, mach, okay. Eisen liegt hier noch neben der Strecke? Neben der Strecke, seht ihr? Oh nein, what the f***? Kann man die Lok sprengen? Nee, ne? Was hast du da gerade gemacht? Also das erste TNT... Du bist gegen mich wieder gelaufen. Du bist schon durch dich gegen mich gelaufen. Niemand, aber das TNT war da trotzdem schlecht platziert. Jungs, ich will nicht sagen, aber ihr seid beide schon mal gestorben, ne? Also ich bin noch gar nicht gestorben. Ich bin so oft gestorben. Wir haben euch jetzt einmal umgebracht. Wasser Eimer ist nicht gefüllt. Ich füll dir nochmal schnell auf, just in case. Boah, Jungs, ey, wir sind so insane. Das ist halt insane. Ich nehme einmal Dynamit raus. What the f***? Was denn? Wenn man angelaufen wird, lässt es automatisch sein. Das war ja schon das dritte Mal. Glaube ich nicht. Wenn mich jemand berührt, fällt es. Doch, wirklich. Das ist jedes Mal liegt es dann da. Gelogen. Ich glaube auch nicht, dass das stimmt. Ich glaube, dass er einfach gechockt hat. Hard Choke, Alter. Wenn du angedasht wirst. Alter, Romatra, du hast mich so oft umgedasht. Das ist ins Dynamit rein. Ich muss gar nicht dashen bis jetzt. Ne, ich auch nicht. Ja, weil ich alles mache. Deswegen könnt ihr ein bisschen chillen. Chillen, sagt er. Ich würde sagen, wir spielen noch eine Runde und dann kaufen wir die neue Lokomotive zusammen mit einem neuen Wagen. Ich glaube, wir können nichts mehr upgraden, Max. Wir sind bei vier. Seht ihr, dass der Bandit da vorne macht, ne? Der klaut eine Schiene. Ich bringe den jetzt um, mir reicht es, Alter. Lass die Schiene los, du Assi. Fahr drauf, Max. Ich habe alle Banditen umgebracht. Ich bin ein richtiger Mörder. Oh Gott, können wir die Tür töten, bitte? Guck, Alter. Das sind die nervig, Alter. Ich weiß gar nicht, was wir machen. Leute, wir sind in Zellen gut. Ich farme. Was machst du da? Guck doch mal vor dich. Wie kannst du mit einer Pickaxe Eisen fahren, wenn hier 40 liegen? Nee, die kein Jäger bringt eigentlich gar nichts. Hast du recht, muss man einfach sagen. Ich komme nicht durch, Max. Mach mal hier richtig Platz, Alter. Mann. Was willst du denn? Mann, Max, du bist so sch*** mit deinem Holz. Ich muss alles selber machen, Alter. Der Eimer, der Eimer hinten. Ja, ich wollte ihn gerade holen, aber Max hat es hier blockiert. Ich bin das nicht gewesen. Dein Job ist Holz. Wir brauchen jetzt Metall. Wenn wir jetzt kein Metall haben, haben wir verloren. Wir haben hier vorne, ich habe doch hier vorne so viel gestapelt, Jungs. Gern geschehen, ne? Ja, wir haben verloren. Was? Hab die 30. Oh mein Gott, Alter. Alter, mach da close call. Das ist so knapp. Ich hole noch Max Spitzhacker, Alter. Man muss Max echt alles hinterher. Ich habe doch die 30 Dings gestapelt. Nimm meine Pickles oben mit. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. What the f***? Oh, bist du dumm, Alter. Du hast es aufgesammelt. Du hast das Dynamit aufgesammelt. Digga, wenn du das erst sagst, du legst es, du schau mal, Max. Du schmeißt es hin und sagst zwei Sekunden später weg da. Du warst fünf Felder entfernt und dann bist du reingesprintet. Mit einem Affenzahn und hast es in die Hand genommen. Du hast das Dynamit in die Hand genommen. Leute, wir haben es verkackt, oder? Wir haben es verkackt. Das ist stark. Das ist stark. Mach ich nicht den bester Ausdruck. Alle sagen, Achtung, Bombe. Ich splitte 10 Meter hin und nimm das Ding in die Hand. Alter. Ja, war eine nice Session, Jungs. War gut. War gut. Fünf vor... Ey, wir hatten noch elf Schrauben übrig, wa? Elf Schrauben, das tut halt weh. Max ist dumm, mein ganzer Chat. Max ist dumm. Aber Jungs, guck dir diese Strecke an, die wir gebaut haben. Ich sehe nur diesen Dinosaurier, wie ob er das Dynamit in der Hand hat Aber das hat nichts damit zu tun, dass wir verloren haben, ne? Ich sterbe das erste Mal und dann Game Over. Das hat was zu bedeuten. Sehr gut. Wie weit? What the f***? Wie weit ist denn 500 Meter? Krank, ne? War geil, Alter. Das Game ist geil, Jungs. Geil. Ja, hab ich doch gesagt, es ist geil. Können wir demnächst nochmal spielen, Jungs? Machen wir, Alter. So mit Glücksspielen, mit Casino. Nächstes Mal 1000 Meter, Alter. 1000 Meter. 5000 Meter. Aber auf normal dann. Nicht auf leicht. Auf leicht, ja. Voll verkackt, Alter. Gehen wir bis zum Ende gucken. Guckt ihr bis zum Ende, ja? Ja, wir müssen bis zum Ende gucken, das ist total satisfying, dass wir so viel gezockt haben. Alter, guckt mal, wie weit wir gekommen sind, Mann. Wir sind extrem starke Spieler, Mann. Wir sind ein gutes Trio. Wir sollten uns bei der WM qualifizieren. Weil das ist das erste Mal, dass wir gezockt haben. Ja. Und ich bin nur einmal gestorben. Ihr richtig oft. Sag ich nur so, wie es ist. Guckt mal, wie viel Eisen da. Seht ihr das ganze Eisen, was da liegt? Das habt ihr, guckt mal da, dieser riesen Stapel da. Den habt ihr nicht mitgenommen. Ja, aber Revi, es ist nicht schwierig, die Pickaxe zu nehmen und einfach gegen jedes Eisen vorkommen zu laufen. Bis zum nächsten Part. Küsschen. Geil.